Haben süße Weine eigentlich eine schlechtere Qualität als trockene? Nein, das ist absolut der Schwachsinn. Echt? Wieso das? Du kannst alle Weine trocken und süß ausbauen. Der Ausbau hat keinen Einfluss auf die Qualität. Ach cool, was denn dann? Es gibt viele Einflussfaktoren bei der Qualität. Zum Beispiel Ertragsregulierung oder das Lesen von gesunden Trauben. Und wo bekomme ich gute Qualität her? Am besten beim Winzer deines Vertrauens. Wichtig ist, dass er hohe Qualitätsansprüche an alle seine Weine hat. Alles klar, dann gönne ich mir doch direkt ein Glas.